ja hallo zusammen da bin ich wieder mit meinem display zu command and conquer der tb im konflikt remaster edition auf seiten nötig die ein nachhol mission ganz genau und wir waren beim letzten mal hier und haben dr möpios in albanien gerettet und ja jetzt haben wir tatsächlich die drittletzte mission von allem muss ich euch sagen hier ist voll hier ist voll hier ist voll da fehlt nur noch die dinos von park 0 1 genau aber gut liebe leute dann würde ich sagen steigen wir mal ein cutscene wir sind fast am ziel commander wir haben keinen in seinem biochemischen forschungslabor in die enge getrieben planieren sie die gegend dort der nachrichtendienst ist sicher dass kein dort ist das bedeutet unser vernichtungsschlag muss sitzen das hier sollte helfen die jungs von der forschung haben die ersten tests mit millionenwaffe abgeschlossen einer strategischen abwehrwaffe der neuesten generation ihr geostationäre orbit verschafft ihr einen zielstreufaktor von 8 zu 1 eine feuchteinflößende waffe die stärkste in unserem arsenal er kam vor lang und hart commander aber jetzt ist er vielleicht bald vorbei wir verlassen uns auf sie viel glück flanieren sie die gegend dort so kann man es natürlich auch nennen jenner shepard jenner shepard mr gentleman würde ich sagen wir haben jetzt zum ersten mal dass ich das volle die die eier sind und wartet mal habe ich mich gerade verdrückt wartet mal ne jugoslawien osten okay weil ich glaube diese map zu kennen wartet mal ich wusste mal zurückgehen so gut ich kenne die map doch wartet mal ist verarscht mich doch nicht so eine basis genau das doch die mit kenne ich doch leute wieder die gleiche die map die war beim letzten mal so nervig tatsächlich dann lockt dann zieht die meier rein los die map die war doch nervig beim letzten mal muss ich sagen so soll ich mich jetzt tatsächlich hier unten aufbauen ja genau noch schön den sammler platte das ist gar keine schlechte idee so und platt machen so und platt machen genau hey und kam genau leute und und machen wir uns mal hier auf so ach du scheiße oh gottes willen was zur hölle so oh mein gott jetzt kommt aber angeschissen jetzt kommt aber angeschissen das wird jetzt also ich müsste zu viel so überfahr die mal ach gottes willen so raketen werfer dankeschön penner ja gut okay mach die kaputt so dankeschön ja leute wie gesagt diese web die kommt mir sehr bekannt vor die hat man glaube ich auch bei der beim regulären durchgang gespielt und ja aber ist ja egal trotzdem ja trotzdem spaß und das war nur letzt mal ziemlich nervig also wie er da sich immer wieder aufbauen konnte der gegner ja bin ich gespannt wie das jetzt ablaufen wird so dann einmal radar bitte ach du was soll was ist jetzt hier wieder ach du scheiße zwei gummipanzer so dann helft dem mal so los nicht auf das mannigen und babam sehr schön leute so und hier sehr schön oh nein nicht noch einer okay das ist jetzt ein bisschen unfair muss ich sagen so ne 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 nicht von dem mannigen platt machen lassen das wäre ja die schmach ey doch scheiße wo ist zur uff uff ähm wartet mal sammler kommt mal her bitte macht die mal alle platt hier los boah willst du mich eigentlich verkack eiern so boah so scheiße ja das war klar dass der turm meinen eigenen sammler platt macht ey ja gut aber das reicht doch genau das reicht ey super gut so boah heftig Leute heftig was hier schon passiert ist aber wir haben es überlebt wir leben noch und das ist ja das wichtigste erstmal hier dann kannst du doch hier oben das einsammeln ey jo leute genau und dann freue ich mich dass du ja trotzdem welcher hier eingeschaltet habt auch wenn sie die mission jetzt irgendwie wiederholt keine ahnung jedenfalls macht das spiel trotzdem spaß und ja ich hab meinen spaß auch wenn es jetzt immer knackiger wird wie wir sehen hier wird es immer knackiger wie wir sehen ja komm und rein in den turm ziehen rein in den turm ziehen rein in den turm ziehen danke rein in den turm ziehen so sehr schön ähm so dann helft ihr mal ja so wunderbar Leute dann raus da ach du kacke ey so dann mach du mal bitte diesen Flammenwerfer deinem Arsch mach du mal bitte diesen Flammenwerfer deinem Arsch so sehr schön Leute ach geil das ist gut so dann kann ich ja direkt den nächsten Turm hier aufbauen wartet mal ich brauche aber noch einen großen ach du scheiße oh oh ey Leute die Flammenwerfer ne die sind ja übel der hat fast meinen Turm gekriegt der Sack na gut okay ähm poh reparieren ey unbedingt so weiter geht's hehehe es ist es wird schwieriger es wird schwieriger aber ich sag's mal so ähm bei der GDI Kampagne waren jetzt war jetzt bis jetzt noch keine richtige Scheißmission dabei muss ich sagen also das war schon bis jetzt echt smooth ist das abgelaufen hier so dann ach nein ach ich Idiot ich Idiot wieder so aber gut Leute ähm dann kann ich ja währenddessen auch noch einen zweiten Sammler bauen den brauche ich äh den dritten Sammler bauen den brauche ich ja so dann habe ich jetzt auch hier fest verteidigt zack und wird der fertig? nein natürlich nicht scheiß ja gut egal Leute ähm wir haben's erstmal und wie ihr seht hier ähm Kommunikationszentrale das heißt Ionenwerfer angesagt hier gut aber wenn ich als nächstes werde ich definitiv auch eine Werkstatt bauen du fährst bitte direkt aber arbeiten hier und zwar hier hinten hin so liebe Leute dann habe ich jetzt wieder drei Sammler im Einsatz und ähm ja dann werde ich danach dann die Kommunikationszentrale bauen genau ach komm schon ey wieder kein Geld hier so aber ich glaube das passt so weit ja was machst du das für einer? das ist ein Flammenwerfer glaube ich so wie der aussieht ne guck mal in der alten Version sieht man den nur mit drei Pixeln in der neuen Version schon viel besser ja so ähm die braucht 200 ja das passt das passt Leute sehr schön was machst du denn? fahr doch da hinten rein oh ist das das ist jetzt geweint ey so ähm wartet ne dann Befestigungstor bitte äh Gummipanzer genervt so aber wartet mal ah ok oh ja sehr schön dann haben wir hier noch einen so und hier da muss ich noch einen bauen tatsächlich ah zusammen kriegt ihr den jawoll wunderbar Leute geschafft ja dann war es das 475 ja ah ne das passt sogar so viel seht ihr das so viel Energie ziehen die gar nicht so so viel Energie hallo sammler eh arbeitsverweigerer ja dann wenn es zu spät ist weißt du das Idiot na gut na gut egal ah no mercy genau du auch sammler so da versucht das wieder mit einem Gummipanzer ja ok Turm gegen Panzer das passt immer ziemlich gut wo solche Kohle an so Leute dann muss ich mal hier pausieren und dann nehmen och du scheiße oh Gott komm mal raus hier so komm mal raus da so ähm bist du bald mal fertig so ähm hab das bald mal das kann ja wohl nicht wahr sein alter der macht doch die eigene Werkstatt platt um Gottes Willen ja dann ok dann komm verkauf die so Leute die kommunikationsneutral werde ich das aber trotzdem zu Ende bauen so ist mir jetzt gerade echt scheißegal so wartet mal ähm da kommen Dominiken die machen nix ah doch jetzt machen ok dann kann ich sie hier reinziehen so dann hier zack und hier zack und dann wieder die Werkstatt wieder aufbauen so hallo was macht ihr denn da seid ihr irgendwie blöd oder so so sehr schön weg machen sehr gut und ihr macht Dinge bitte weg und dann haben wir es wieder ach Gott sei Dank so Leute dann dann würde ich sagen dann baue ich die Werkstatt lieber hier unten hin lieber mit ein bisschen mehr Abstand oh wir können Mammuts bauen jawoll Leute sehr schön und na stimmt eigentlich ne hier die Basis ist wieder da am Start und die können wir ja gleich wieder einnehmen dann ne das ist ja kein Thema weil die ist ja nicht so befestigt muss ich sagen nicht so arg befestigt war mal zehn Mammuts einfach weil wir es können so jod Leute dann einfach reinfahren hat er dann johann hat er da oh gottes oh gottes danke das ist doch wieder scheiße gelaufen mit dem Jeep so liebe Leute dann haben wir den Anfang jetzt überstanden dann würde ich sagen speichert mission 13 GDI ich hoffe dass es nicht wieder abstürzt beim nächsten Mal wenn ich das speichere das wäre heftig naja gut das war ja bis jetzt eben aber nur bei der letzten Mission bei der vorletzten kam das ja gar nicht dieser bug ist echt im richtigen interessant was da für den bug was da diesen bug ausgelöst haben könnte so haben wir weiteres Tiberiumfeld ok ja ich weiß ja die andere Basis hier oben und dann spielen wir die gleichen weg noch mal aber ja ich meine why not also ah da was versucht dann da da kommt jetzt mit dem Hubschrauber angeschissen ja 5 Invasoren viel Glück Kollege viel Glück so nix da nix da oh Gott sei Dank es waren noch nicht mal 5 es waren nur 3 oder so ja gut komm ähm was kommt jetzt hier wieder angeschissen ah Gummipanzer ja gut Gummipanzer wir haben das erste Mal die Ionenwerfer in der GDI Kampagne ok na Leute dann machen wir die Männiken weg so alles klar dann ach du heilige wartet mal der ballert noch die Kirche platt ja finde ich gut da müsste da ja eigentlich auch Geld drin sein in der Kirche da oben so wartet mal aber alle müsst ihr nicht da äh da hinten hinfahren das ist kein Geld warum das denn nicht beim letzten Mal war da Geld drin na gut vielleicht ist das ein Unterschied dann oder so keine Ahnung 4 Mammuts haha perfekt Leute so dann mit Act of Instinct klappt das doch hier so kann ich mit dem auch hier wieder reinfahren oder ne wartet mal ja hört auf oder auf so bisschen erkunden weil die Basis die er da oben hat die ist echt heftig die ist groß die ist wirklich groß jetzt kommt er mit Jeeps an nicht auf den Sonder schießen ne danke ja dann kein Stress verursachen bloß keinen Stress machen so Orcas kann ich hier nicht gebrochen liebe Leute weil der hat hier Pflaks da oben hat er Pflaks alles abgesichert ähm nö bä 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 genau dö dö alles klar ach ja dann komm dann nicht kämpfen sondern einfach nur hier reinfahren versuch's zumindest versuch's ah gut der ist überhin aufgedeckt okay ja mehr hat er hier auch nicht der hat hier einiges an Silos die Kohle werde ich mir auch gleich schnappen von ihm und ähm ja wenn ich dann die Kohle hier hab dann äh werde ich die Silos wenn ich weitere Mammuts bauen einfach und ja liebe Leute das war's im Prinzip erstmal für die Missionsvorbereitung ähm wir haben hier unser Standbein und äh genau steht beim nächsten Mal an dass wir dann wirklich hier oben äh die Basis platt machen ich finde das krass wie weit wir hier schon sind ey das ist echt übel hätte ich nicht mit hätte ich nicht mit gerechnet ohne Scheiß dass wir hier so weit kommen hätte ich echt nicht mit gerechnet aber gut ähm dann ist da was dann baue ich jetzt mal fünf Invasoren mal nebenbei ich meine wir haben ja die Kohle so ist ja nicht wir haben ja die Kohle so dann diesen Gummipanzer da weg sehr gut der nervt nämlich okay und ja liebe Leute dann kommen wir weiter und ja jetzt erzählst mal wie es euch so geht im Moment würde mich echt interessieren ähm schreibt es gerne mal in die Kommentare auch wie ihr dieses Let's Play so findet nach über 150 Folgen noch und genau und leute da nutzt es ja jetzt gerade erstmal relativ wenig zu sagen außer dass ich hier am eingehen bin im Zimmer das ist wirklich übel wie heißt das auch schon wieder geworden ist draußen beziehungsweise ja so sonnig ist es gar nicht Konstruktion ist es halt schwül und schwüle erkennt erkennt ihr ja ne wartet mal mach mal weg so haben zwei reichen schwüle wisst ihr ja ne ist immer schlecht immer schlecht so dann können wir ja mit denen aber zumindest schon mal hier nach vorne fahren und ja dann hier die Kohle schon ein ernten oh man viel habe ich nicht mehr tatsächlich viel habe ich nicht mehr da kommt er jetzt auch wieder angeschissen mit irgendwas ja Manniken okay mit Manniken kommt er angeschissen ja mein Gott und bam so bam sehr schön und sehr gut so muss das aussehen Leute schön die Gummipanzer platt machen sehr schön alles klar dann hätte ich gerne noch einen Ionenwerfer vorher und so und die Invasoren hier da braucht der noch lange nee geht oder wartet mal wie ist denn hier die Spielgeschwindigkeit die ist schon auch schnell okay kommt ist er das ist ein Turm jetzt hier macht den einfach platt da diesen Turm los und bam los und bam sehr sehr schön der ist doch gleich schon fertig ja gut dann dann warte ich war mit den Panzern noch ab schmeißt gleich den Ionenwerfer da rein schmeißt gleich den Ionenwerfer da rein ich muss viele manikinder genau perfekt und zack beides ein den bitte sehr gut okay dann können wir hier jetzt 1 2 3 4 und ja ach ja dann was so dann nimm dir bitte die Kohle von ihm 10 waren wir uns noch so schön die Kohle einsacken sehr schön alles klar ich wollte euch das habe ich viel Kohle ja ist das geil 555 von 560 gut okay so was versuchst du da Kollege was versuchst du da alles klar oh nein oh Gott es will nein nein es ist mein Sonnender in Ruhe okay alles klar dann kann ich ja jetzt hier die Gebäude platt machen oh jetzt kommt er angeschissen okay es kommt er angeschissen Okay, dann muss ich jetzt aufpassen erstmal So, mach das weg Weg damit Sehr schön, alles klar Dann lass den mal kommen Dann lass den ruhig mal kommen Sehr schön, Leute Ah, die baut dann nach Okay, der baut die nach Interessant, Leute Warum baut der die denn nach? Ja gut, dann Bauen wir noch einen Invasor So So Und genau, da könnte ich hier oben eigentlich noch einen Werkstoff gebrauchen, aber Ah Warte mal, ich zieh die mal hoch Kann ich die nämlich dann hier unten reparieren Och du Scheiße, was macht ihr denn? Ihr seid ja mutig Ihr seid ja mutig Oh mein Gott Und du kommst bitte hier hinten hin Ja Ihr seid ja Das ist ja dreist, was ich gerade mache Das ist ja echt dreist Ja gut, okay Ich meine Ich meine Why not Why not Ja, dann klau ich ihm jetzt hier vorne noch die Die Kohle weg So Alles klar Liebe Leute Ach, dann sind wir schon bei Minute 24 Oh Mann Oh Mann Okay, bam So Schön kraftwerk geklaut Und oh Mann Ja, jetzt geht's los, Leute Jetzt muss ich jetzt so Jetzt ein bisschen Ey, was machst du? Jetzt wird's ein bisschen müßig Tatsächlich Ähm Ja Mann und Panzer erst mal reparieren So Und dann können wir gleich eigentlich auch schon in der nächsten Folge Da können wir dann schon durchrennen Na genau Der hat keine Chance da Wunderbar So Weißt du was? Komm hier hin Du auch bitte Das ist doch viel näher dran hier Was soll denn das? Was soll denn das? Was fahrt ihr denn da hier oben hin? Ich meine Das war eine geile Aktion Ja, aber Auch nicht gerade ohne Was das Risiko angeht Okay Oh yeah So Die Folge ist tatsächlich schon voll Ähm Aber ich möchte jetzt auch mal ein bisschen ordnen Dann haben wir oben elf Mammutpanzer schon stehen Zwölf 13 14 15 Ah Wir brauchen also noch 10 10 Stück Ja, okay Wunderbar, Leute 10 Mammuts noch Ja Wobei das jetzt Das ist jetzt scheiße ist Warum? Hör doch mal auf meine Meine Mammutpanzer hier zu beschädigen Ah, sehr schön So Alles klar Dann Können wir weitermachen So Okay Sehr gut Dann können die bitte auch nach oben Hör doch was? Hälft mal So Okay Alles klar, Leute Dann baue ich jetzt noch die 10 Stück Oh Oh, der Gummi Was? Was? Okay Was will der Gummi? Was will er jetzt hier? Na gut, egal Und Gut Dann haben wir doch erstmal die Vorbereitung abgeschlossen Für unseren fetten Endangriff So Wunderbar Also Haben wir jetzt noch 9 Stück Die werde ich dann noch sehr schön sammler Die werde ich dann noch zu Ende bauen Und ja Jo Dann war ich noch bis die Einheiten hier verschwinden So Und Ja Wartet mal So Ionenwerfer haben wir Sehr schön Das heißt, wir können wieder die Energie hier klauen Sehr gut Und ja Sehr gut Das heißt, der Gummi-Panzer ist auch gleich weg Wunderbar Okay Sehr gut Sehr schön, liebe Leute Dann Würde ich mal sagen Jo Wenn euch diese Folge gefallen hat, liebe Leute Dann lassen wir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da Würde ich mich sehr freuen Jetzt hier ist gerne weiter Und lasst die Glocke läuten Und Ja, bis hier weiter geht Sehen wir beim nächsten Mal Und ja Dann würde ich sagen Würde ich euch noch einen schönen Abend Und einen schönen Tag Tschö, tschö